Hi und servus liebe Leute, willkommen wieder zurück zu Infamous First Light Platin Run von mir direkt hier. Nach dem Spawn ist hier wieder eine neue Geisel, die wir aber natürlich mal Glasklau befreien. Irgendwie, irgendwann... Wo ist denn die? Ach, ganz da unten oder was? Kartei. Hoia, bäm! So, noch einer? Bäm. Haha, nice. Ja, gerettet. Sehr schön. Ähm, ja, so, was hat man jetzt gesagt? Genau, theoretisch, praktisch hier können wir erstmal nur das Ganze hier fertig machen. Ähm, da waren wir ja dabei, beziehungsweise gehen wir erstmal jetzt dann da hin. Ähm, genau. Machen wir das hier mal alles clear, so viel ist hier ja nicht mehr einzusammeln. Details wird es demnächst hier losgehen mit Arenen, beziehungsweise je nachdem, wie lang wir dann tatsächlich noch hier die Stories. Ähm, eine Story-Mission nacheinander. Und dann natürlich die Herausforderung, bla bla. Das wird auch noch nicht, die Hauptzeit nehme ich jetzt mal sehr an, sehr stark an hier, beanspruchen. Äh, hm. Was ist da hinten? Hä? Äh, ja, so nicht, ne? So wird das nichts. So. Okay, alles klar. Dann so. Das haben wir. Gehen wir mal noch da hin. Ach, Moment, da fällt mir jetzt gerade was ein. Da war doch hier, was hier, von wegen da, genau. Äh, schlagen sie 10 Schießereien im Vorbeifahren nieder. Das dürfte doch eigentlich genau hier solche Situationen da sein. Wenn hier da so eine Karre ist, dass die nicht auf mich schießt. Verdammt. Ah doch, 1 und 10. Okay. Gut, dann nehmen wir die jetzt auch mal immer mit. Wenn wir die sehen. Ah ja, wunderbar. So, bist du jetzt da irgendwo? Hä? Hä? Ach, da. Boah. Bin ich gar nicht mehr gewohnt, dass irgendwas noch so niedrig ist. Shit. Naja. Auch nicht schlecht. Das haben wir. Mal, das haben wir noch. Klier da hinten. Und dann nochmal eine Story-Mission weiter triggern. Habe ich ja gesagt, hier pro Folge eine Mission. So, weil jetzt noch welche gibt. Jaja. Mit der Fetch. Wir haben mal gespannt, wann wir jetzt hier den Brand wieder treffen. Oder wie auch immer, wie das da aussieht. Weil noch ist ja hier der Verdacht, dass es nur gekippt wird ist. Sind es hier Feinde? Ja, anscheinend. Bam. Finish him. Doppelt. Oh, da hinten ist die Geisel. Die hat erstmal Vorrang. Die hat Vorrang, die hat Vorrang. So. Okay, also gerettet. Passt. So, der ist jetzt hier. Hm? Ja, wo ist der? Da. Zack. Das haben wir auch. Ab zu dem hier. Und dann kommen wir auch schon in die letzten Rennen und so weiter. Außer werden wir auch mit der Zeit mit der Folge schalten. Ja, direkt hier. Okay. Äh. Passt. Gehen wir gerade mal hier so wie Graffiti. Wenn wir uns hier ja hier schon rumstehen. Hüpp. So, einmal Graffiti-Bidee. So. Röpp. Röpp. Da noch. Dann hier rüber. So, passt. Flutsch, flutsch. Hüpp. Hüpp. Wieder mal den Mond zu voll genommen. Auch nichts Neues. Hüpp. Hüpp. Typisch Fetch. Sehr schön. Das war die Trophy für alle Graffitis. So, hier haben wir dann noch was. Blumenrennen. Auch das letzte. Mal schauen. Ja, genau. Jetzt natürlich muss ich einen raus schießen. Na, egal. Das hier Ding hier ist erstmal wichtiger. Die Autos gibt es auch jede Menge. Na, komm. Jetzt aber. Ja. Bling. Blitzschnell. Nice. Eine Brosse, eine Silber. So, was haben wir jetzt noch? Genau, da unten sind ja noch zwei. Die haben wir noch fix eben holen. Und dann Story-Mission. Äh, ja. Ja, Singularität ist auch die ganze Zeit wieder verfügbar. I know, I know, I know. Nur, ich weiß auch nicht, ich würde das irgendwie immer für mehrere Gegner aufheben. Ist aber theoretisch gesehen ein Schmarrn. Weiß ich auch. Äh. Keine Ahnung. Mal gucken, ob ich beim nächsten Mal mal dran denke. So, das haben wir. Wo ist das nächste da hinten? Nice. Haben wir auch. Gut. Ähm. Ja. Jetzt ist ja soweit hier eigentlich alles clear, wie es auf das Gebiet und das. Aber jetzt gehen wir einfach da hin. Zu der nächsten Mission. Gucken wir ja, guck ich da jetzt auch so rüber. Ja. Ja. Ja gut, wie gesagt, das eine jetzt hier gerade auch hier ist. Sorry. Aber. Das muss ich dann auch mal schon einmal holen. Passt. Hä? Moment. 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 Oh. Da ist hier so ein Drive-Frei-Gedönsel. Herausforderung abgeschlossen. Dreifach ausschalten. Okay. Ja. War Absicht. Beim Fahren. Schießrei gestoppt. Genau. Ja, das eine leider jetzt auch noch. Das auch fertig ist. Das muss auch noch. Nein. No. Verdammt. Der neben geschielt. Bam. Äh. Ja, jetzt aber. Alle klar, ab zur Mission. Halt, Geisel. Halt, Geisel. Auch ne, will er nicht in den Schalt. Oder die hier? Ne, sind sie nicht. Fuck. Schnell. So, da hinten rumwo. Gott. Hört, ne, ich auch nicht. Da unten. Genau so. Es benutze ich das einfach mal. Diese tolle Singularität. Hep. Eat this. Hehehe. Hui. Bam. Gazi rettet. So. Sehr schön. Hep. Wo ist die Mission? Die Mission, die Mission, die Mission. Gut. Da. Gut. Weiter geht's. Mission beginnt. Ha. Ähm. Hallo? Hallo Fetch. Ich heiße Jenny. Ich arbeite für... Mit Shane. Ich glaube, ich soll dir helfen, einen Akkuleleutnant auszuspüren. Per Telefon? Wir nutzen die Schlachtkamera. Besag mit deren ID's, das weiß ich nicht, wo ich die Aufnahmen finde. Ich schicke dir den Standort an, der unser Mann zu retten war. Wie bitte? Kamera-ID? Wer bist du nochmal? Jenny. Ich arbeite für die Stadt. Und man kann das schicken. Die ID ist wie ein QR-Code. Du kannst sie mit deinem Handy scannen. Schick ihn mir und ich durchsuche die Aufnahmen nach diesem Typen. Wir haben ein geniales Gesichtserkennungsprogramm. Das ist unheimlich. Okay. Jo. Dann machen wir das einmal. Okay, ich bin hier. Suche eine Kamera in der Nähe. Okay, gefunden. Scanne die Kennnummer, dann suche ich die Aufnahmen. Plöp. Das ist unser Mann. Folge ihm. Wir nutzen einzelne Kameras, um seinen Weg zu verfolgen. Ich kann leider keinen kompletten Systemscan machen. Und löse ich hier Alarm aus. Hä? Wir nutzen sie die Kameras, um rauszufinden, wo der Akula hingegangen ist. Okay, dahinten ist auch noch eine. Genau, oder irgendwas war da ja noch mit der Trophy, wie gerade mit den Kameras. Ah, hier. Ziel verdeckt. Achso. Ah. Da nehmen wir doch die. Ach, lol. Das ist die Schüssel. Mei. Jetzt aber. Flip. Da hinten. Hä? Ach, da unten. Da hinten. Da hinten. Jupp. Flöp. Okay, jetzt. Ja, absolut nichts Brauchbares. Da ist nix. Dann noch bestimmt die hier. Nee. Nee. Sie wird schneller. Glaubst du, sie hat ihn bemerkt? Mach einfach weiter. Sehen wir mal was ab. Dip, 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 dip. Kameras kennen. Hui. Ah, nix. Mist, falsche Richtung. Naja, aber in eine andere Richtung war doch keine Kamera mehr, oder? Ach, da ist noch eine. So, ist ja die einzige jetzt noch, ne? Ja. Da ist auch wat. Ja, okay. Hier sieht es irgendwie aus wie an einem Tatort. Dann die da. Okay. Panisch, 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 panisch. Hilfe, 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 Hilfe. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh nein, Hilfe, Hilfe, er ist tot. Geil. Ah. Hä? Ach, da. So, dann müssen die auch was hier gesehen haben. Oder auch nicht? Also wieder zurück. Dann die hier. Ja. Ach, das kann nicht gut ausgehen. Genau, dann definitiv die hier auch. Eine richtig geile Mission irgendwie. Detektivarbeit. Oh je, Sackgasse. Oh je. So, ne? Ne, oder? Ne, hat er so getan. Ah ja, ist er hier. Zack, Telefon. Jenny, könntest du rausfinden, wohin dieser Typ geht, wenn du sein Handy hättest? Klar, du bist bloß etwas da. Ich brauche nur eine Kopie, sondern SIM-Karte. Ich schicke sie dir. Wir holen meinen Bruder zurück und machen diesen Schweinen gleichzeitig den Laden dicht. Alles klar. Mission abgeschlossen. Auf der Spur des Menschenhändlers. Coole Sache. Fetch. Fetch. Meine Kundschaft, das sind in einem Hinterhalt der... Ups. Ja. So soll ich hindüsen und die Trainingsanzüge mal richtig aufmischen, ne? Ähm, ja. Es ist mir ein paar Züge. Ähm, ja. Sagt mir einfach, wo ich hinmüsse. Oh, und Jenny ist klasse. Ruf sie an, wir haben eine Spur. Jo. Jetzt können wir ja auch alles dergleichen machen. Da oben ist das Ding. Ha. Das war so noch nichts. Dann nehmen wir hier mal den Speed-up damit. So, passt. Alles klar. Hallo, da hinten mal durch die Trainingsanzüge wieder, ne? Jupp. Hi. Bam. Bam, 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 bam. Bam. Ist das geil. Äh. So. Warte mal, ich seh hier noch, da sind auch nur noch. Ah, da ist die Geisel. Geh'ma's mal dahin. Dann mal noch hier die letzten zwei Pünktchen da auch noch schnell holen. Und dann selbst natürlich da auch noch nicht upgraden. Hö. Ah, ja. Oder auch nicht. Bin da unten wieder. Gut. So. Komm wieder rein, dass wir wieder mit Drive-By-Gedönsel. Da ploppte eins jetzt aneinander auf. Alles klar, dann gehen wir uns erstmal dahin. Ist der weiteste Punkt. Weg. Von allem anderen. Dann. De, 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 de. Wupp. Oh, echt geil hier. Lige Champe. Hypala. Oh, ja okay, das ist auch nix. Fail. Äh, dahin. alles klar den haben wir jetzt auch 24 sp hat in einer arme schnell holen da an der hauswand gut weil nochmals noch was man das einsame schätze mal die mission wird wieder nicht gerade so kurz sein dass ich jetzt hier ist der locker unterbringen nachkampfkills sehr schön das ist auch die mitnehmen ah nee so sein das als nix ihnen gleich Alles klar, da ist gleich der nächste Sehr schön Da ist dann nochmal gleich einer Eieiei, das ist jetzt hier Schlag auf Schlag geht das hier So Genau Da ist immer so eine Karin im Auge gleich mit Bäm Gut Äh Na, da bin ich fasziniert, dass ich da eher irgendwo hoch muss Hä? Ach da Moment, wie sitzt da gerade hier Oh, das ist jetzt wieder was anderes Äh Ne, so geht's auf keinen Fall Hä? Das muss ich jetzt mal so Hä? Nein Daneben gesprungen Hä? Mist Das ist aber auch verdammt schwer zu teilen hier Oder hier zu sehen Wohin denn jetzt genau So So, geht doch Halt, da hinten war ja nochmal eins Das gibt es abspring nicht Hä? Hö? 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 Da nochmal ein Auto, auch hin und nähe ich auch von dem Teil da Was?! Sonst pick noch den Training Holiday Es nicht fertig Hä? was? Hang verdad Alles klar Oh, ne Geisel Hui, ich komme. Die Rettung naht. Hoppala. Nein. Bam. Scheiße. Der ist echt überlebt. So. Fuck. Och nö. Geisel getötet. Shit. Gut, das war jetzt so nicht meine, äh, mein Ziel. Ne, da drüber. So. Alles klar. Jut, jut, jut. So, was haben wir jetzt noch? Zwei Stück hier. Ja, was soll's, die nehmen wir noch mit. Die letzten zwei hier. So, mal einsammeln. Hallöchen. Ich glaube nicht, dass mein Airbag da was hier ist. Ja, auch schon sechs von zehn. Ja. So, langsam wird's echt hier, wat. Hä? Ach, da unten. Nein. So. Das noch. Und das noch. Ja, da haben wir ja sonst nichts mehr haben hier. Äh. Was definitiv, äh. Die nächste Male drauf auslaufen, ja. Story-Machines. Pling. Erleuchtet. Ja, geil. So, geile Runde. Jede Menge Trophies. Und Upgrades. So, also mal jetzt hier. Definitiv das hier. Wurde wieder aufgefüllt. Ja. Ja. Und das geht nicht. Schade. Gut. Aber fast alle Upgrades freigeschaltet jetzt schon. Und dann höre ich an dieser Stelle nochmal auf. Sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's jetzt hier auch zwangsläufig weiter mit der Mission. Und mal gucken, ob wir auch mal das Unbekannte da unten wegkriegen. Und so weiter. Ja, schauen wir mal. Bis dahin wünsche ich euch wat. Ne, haltet die Ohren steif. Servus. Und ciao. Und da, haltet die Ohren belt. Und da, haltet die Ohren. Vielen Dank.